Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des ERC Ingolstadt nach der Partie gegen die Kassel-Haskies. Ich darf beide Trainer begrüßen, zu meiner linken Stéphane Richie von den Kassel-Haskies und zu meiner rechten ERC-Coach Bob Mayno. Und zuerst Stéphane Richie, Ihr Statement bitte heute Abend. Guten Abend zusammen. Ja, es ist für meine junge Mannschaft frustrierend, weil eigentlich war ich ein gutes Eishockey-Spiel gespielt. Und ich denke, wir hatten einen Punkt heute verdient. Sieker, Esther Liddell war eine bessere Mannschaft. Sie hat angefangen mit dem Tempo. Ich denke, unsere Beine waren auch kein Bus, aber wir haben das Zweite. Wir haben unsere Beine gefunden, wir haben besser gelaufen und auch eine gute Möglichkeit, die Tore zu zählen. Wie gesagt, es ist unsere Saison. Wir machen den Ausgleich. Wir machen das zweite Tor und die Schießräter sagen, es war kein Tor. Es ist manchmal bei uns Pech und unglücklich auswärts, dass wir kommen, keinen Break zu sagen. Die Chance ist nicht so eine feste Seite. Aber muss ich sagen, ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben gekämpft und mitgespielt gegen eine Top-Mannschaft heute. In der Stadt ist, meiner Meinung nach, eine Top-4-Mannschaft in der Liga. Man sieht, dass sie viel Talent haben. Und wie gesagt, für uns ist es frustrierend. Weil in meiner Meinung nach hatten wir heute ein, zwei und vielleicht ein bisschen Glück drei Punkte verdient. Aber okay, eine gute Mannschaft hat die Glück auf dieser Seite. Und deswegen hat Ingolstadt heute gewonnen. Dankeschön. Stéphane Ruggier. Wie haben wir noch die Stabilität heute? In der Stabilität? Well, first thing is, we're fortunate that we have three points. And that's the most important thing. As far as the game goes, you know, the first period we had 17 shots. It looked like the game was gonna be easy. But that's the hardest thing, and I told that to the team. You know, you gotta be, you have to be, you have to be more prepared to play a team like Castle. They're hard to play, they play hard, they play smart. And, you know, we had the easy first period, we thought it was gonna be an easy night. And then the second period they come out and played, and we're not ready. We just think it's gonna be an easy game. And that's, you know, as a coach you don't like to see that. You know, we held on at the end. I mean, in the second period they could have, they hit the post, had a goal waved off. It could have been the difference of the game. It could have turned the momentum of the game around. Like I said, we're fortunate that we held on at the end. And just hope the team is better prepared for the game in Frankfurt on Sunday. That's for sure. Thank you. Thanks, thank you. OK, thank you very much. We'll see you again next time. Thanks. Thank you. An such a test. Ob die Panthers sind zum zweiten Mal in einem Spiel zu keinem Überzahl-Tor gekommen? Warst du mit dem Überzahl-Spiel heute auch unzufrieden? Das war der beste Nacht heute, und er ist der Schlüssel für den Power-Play. Wenn er gute Spiele macht, passieren gute Dinge. Sie haben einfach nicht ihre Form heute, sie haben einfach ihren Rhythm heute. Das passiert im Hockey. Ich hoffe, dass sie am Sonntag besser sind. Was für Dominik Wölsch gehabt? Well, first thing is, Vince is an import here, und he should be in that spot. And, you know, he went through some injuries, and he wasn't playing so good, but we need goals from Vince. So, you know, he's worked hard the other night in Mannheim, and I thought I'd give him a chance tonight. And, you know, he's working hard. That's what he's there for. Dominik Wölsch was not even in the picture at the start of the season. So for Wölsch, even to be on the team and to make the third line, or even the fourth line, has been a humongous credit to him. But Vince is the guy who's supposed to be playing in that spot, and, you know, we have to make Vince earn it, and he did. But for Wölsch, he's done a great job just for him to make the team after where he's come from. Yeah, he said, that Vince Bellissimo an Import-Spieler is, and that he's in these Reihen then also to play. And that man natürlich Tore auch von Vince Bellissimo braucht. Okay, dann scheint mir alles soweit geklärt zu sein. Dann darf ich Stéphane Richet und seiner Mannschaft einen guten Nachhauseweg nach Kassel wünschen, und wir sehen uns dann wieder am Sonntag, den 17. Januar gegen Iserlohn. Dankeschön. 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 Dankeschön.